Essen fromme Juden Cheeseburger? Spielen Israelis auch Reise nach Jerusalem? Ist Harry Potter Jude? Warum zeigen deutsche Filme Juden immer als Opfer? Gibt es eigentlich noch Judenhass? Letztes Jahr gab es 2641 judenfeindliche Straftaten in Deutschland. Unsere Antwort? 2641 Fragen gegen Unwissen und Hass. Unterstütze uns gegen Antisemitismus. Stell uns deine Frage auf fragemauer.de